Mr. Bitcoin, zeigen Sie mal, wie Sie Ihnen mal eine Frau ansprechen würden. Oh, das will ich auch sehen. Warte, du bist jetzt beispielsweise die Frau? Da vorne sind die Frauen. Da, da, gehen Sie zu den Frauen, Herr Bitcoin. Mit der Stimme? Also entweder wird augenblicklich ein Niagara-Fall eintreten oder die Frau ruft die Polizei. So, also, Mr. Harvey Dent. Wo soll ich mit dem Eon-Schwarzen? Einmal alle weg hier außer die zwei Damen. Das geht ja schon mal gut los. Also. Was soll die Scheiße hier? Breitenberg. Welche Scheiße? Nein, ihr kriegt meine Nummer nicht. Breitenberg, was soll ich mit dem Eon-Schwarz machen? Wie, du hast sie schon. Das ist Kim. Von wem? Was ist Kim Ferris? Ach ja, sie war ja bei Kali. Immer noch. Ich dachte, das... Du hast doch nie bauchfrei getragen. Wieso jetzt auf einmal? Ich durfte ja nie. Was? Scheiße, du bist nicht so da. Was? Davon bist du am Team bei uns. Gab's nur Scheiße. Gab's nur Scheiße. Da ist es, was ich mit dem Eon. Ja. Wie, das ist ja.